Ich verrate dir jetzt einen Trick, wie du noch 10 mal attraktiver wirst. Ach was, 10 mal, 4 mal. Und zwar, lauf. Und damit meine ich nicht 10 mal ums den Block herum, sondern achte auf deinen Gang. Ich musste mich einige Zeit lang mit meinem Gang beschäftigen und als ich die Videos gesehen habe, habe ich gemerkt, ich laufe wie ein Orang-Uta. Egal wie viel Selbstbewusstsein in mir drinnen war, nach außen sah das aus, als würde ich mich am liebsten im nächsten Loch verstecken. Aus diesem Grund, sobald ich angefangen habe, auf meine Haltung zu achten und auf meinen Gang, das da ein bisschen wird, glaub mir, die Wirkung auf andere Menschen hat sich komplett verändert. Denn du kannst am Stuhl sitzen, bist super confident, weißt, was du sagst und dann stehst du auf und machst du den hier. Dann nimmt dich keiner ernst. Aus diesem Grund, lass mich mal daran arbeiten.